Aufstellungen und Unterbewusstes Was ein sehr interessanter Aspekt von Aufstellungsarbeiten ist, ist die Arbeit mit dem Unterbewussten. Wenn wir etwas aufstellen, es ist ganz egal, um was es sich handelt, das können Menschen sein, vorzugsweise sind das Menschen, aber es können alle möglichen Begriffe sein, es können Objekte sein, es können Inspirationen sein und es geht sogar so weit, dass wir etwas, das in uns unterbewusst existiert, und das meiste existiert unterbewusst in uns, tatsächlich in einer Aufstellungsaktion aufstellen können. Das ist interessant, dass das funktioniert. Und dass man Protagonisten nutzen kann, die zum Beispiel nichts darüber wissen, was in jemand unterbewusst läuft. Als Menschen sind wir ja Wesen, die eine starke Mitfühlfähigkeit haben. Oder wir könnten das auch als Spürbewusstsein bezeichnen. Wenn du dir das vorstellst an folgendem Beispiel. Ein Mensch nimmt sich zwei Protagonisten und stellt sie auf in einem bestimmten Raum, der zur Verfügung steht. Und diese Menschen wissen nichts, um es nochmal zu sagen, von diesem, der da sie quasi in Dienst genommen hat, wenn ich das so ausdrücke. Und sie stehen für diese Person. Und diese Aufstellung beginnt einfach damit, dass die Person A dort steht und gegenüber, vielleicht schräg gegenüberstehend, steht die Person B. Beide wissen, um das nochmal zu sagen, nichts über das Thema. Aber derjenige oder diejenige, die sie aufgestellt hat, überträgt auf welche Art und Weise auch immer, das ist interessant, auf welche Art und Weise auch immer, das, was sein eigenes unterbewusstes Anliegen ist, auf diese Person. Und diese Personen spüren dann etwas in ihren Körpern. Sie spüren Phänomene. Sie bekommen Inspiration. Sie agieren nach einer Intuition. Sie haben also eine wie immer geartete Befindlichkeit. Das ist interessant. Und die Person weiß vielleicht selber nicht, die aufgestellt hat, um was es sich bei ihr in ihrem Inneren handelt. Denn sie hat vielleicht diese Idee, jene Idee, könnte mal auf diese Thematik eingehen, mal auf etwas anderes eingehen. Aber die Herausforderung ist ja in unserem Leben immer wieder, was ist das Eigentliche, was uns gerade tatsächlich unterbewusst beschäftigt, und dadurch unser Leben gestaltet. Um es so zu sagen, viele Menschen wissen einfach gar nicht, warum sie so handeln, warum sie so geschäftig sind, warum sie ihren Alltag auf eine bestimmte Art und Weise gestalten, und so weiter und so fort. Und wenn wir dann dieses Instrument haben, dann könnte man wirklich jetzt in diesem Extremfall eine Person nehmen, die aufstellungsbereit ist, die stellt wiederum Personen, optimalerweise so wenig wie möglich, zwei Personen, können aber auch drei Personen sein, mehr würde ich nicht raten, und dann stellt sie diese Person in ihrer Beteiligung, die Beteiligung ist etwas ganz Wichtiges, es ist also etwas sehr Kontemplatives, es ist geradezu meditativ, es ist intuitiv, die Personen werden gestellt, die Personen wissen, wie gesagt, nichts, eine Blindaufstellung, und dann fangen die in ihrer Aktion an zu interagieren. Sie äußern also Befindlichkeiten, häufig Körperphänomene, manchmal brechen aber auch geradezu Sätze hindurch oder Empfindungen, die natürlich in Worte gekleidet werden. Und so entsteht eine Aktion, ein Spiel, ich betone ein Spiel, aus dem Impliziten heraus, aus der impliziten und damit unterbewussten Befindlichkeit. Und genau da entstehen die Phänomene, die, wie gesagt, niemand deklarieren kann, schon gar nicht richtig erkennen kann, ohne bestimmte Logik oder eine bestimmte Absicht. Das ist vollkommen absichtslos, was da passiert. Und durch diese Performance, die dann entsteht, offenbart sich etwas Unterbewusstes, was diesen anderen Menschen, also den, der aufgestellt hat, anbelangt. Und dieser Mensch beobachtet das dann, denn es ist ja für sie, für ihn, für sie oder ihn, in seinem Anliegen, in seinem unterbewussten Anliegen. Das heißt, sie oder er macht sich zunächst mal als Zuschauerin, als Zuschauer, gar keine Gedanken drüber. Es macht vielleicht auch gar keinen Sinn, aber er ist Zeuge, Zeugin, eine Aktion, die das wiedergibt und widerspiegelt und sich auf das einlässt, was in ihm wirklich unterbewusst läuft. So, und dann hat er seine Zeit, seine Aktion und wir greifen als Moderatoren nur dann ein, wenn wir den Eindruck haben, die Dynamik ist nicht mehr vorhanden oder sie hakt irgendwo oder sie hängt und sie entwickelt sich nicht dynamisch weiter. Nur dann greifen wir ein, lassen es aber ansonsten laufen und sind selbst natürlich als Moderatoren daran beteiligt, in unserer Empfindsamkeit, in unserem Spürbewusstsein. Und dadurch ergibt sich eine Art von dynamischer Skulptur. Ich nenne es mal Skulptur. Es ist ein Begriff aus der systemischen Therapie, die sich da offenbart. Das Ganze kann man dann mit einer Kamera auch aufnehmen, um es zu filmen und damit zu dokumentieren. Kann aber auch so wirken. So, und als zweiter Akt, wenn diese Performance vorbei ist, die dauert vielleicht normalerweise, sagen wir mal, 20 Minuten, 30, manchmal vielleicht 40, 50 Minuten, kann man dann noch eine Runde machen, eine Sharing-Runde, um die besonderen Befindlichkeiten der einzelnen Protagonisten nochmal zu explorieren. So, und auf diese Art und Weise ergibt sich ein Thema wie in einem Traum. Es ist geradezu auch traumähnlich in dieser Symbolik. Ich betone in dieser Symbolik. Das handelt sich nur um eine Abbildungsebene, um eine Stellvertretungsebene, was ja ein Symbol ist und in dieser Stellvertretung gleich einem Traum, einem nächtlichen Traum, den wir alle immer wieder haben, sonst könnten wir gar nicht existieren, symbolisiert sich etwas und wirkt dann wiederum auf die Realität, auf den Realitätsprozess des betreffenden Menschen. Das heißt, nur durch die Tatsache, dass man sich eine solche Performance in der Aufstellung leistet, führt dazu, dass eine Veränderung im reellen Leben der Menschen entsteht. Das ist interessant. Das heißt, sie beschäftigen sich unterbewusst und in der Folge dann auch immer bewusster werdend mit den Thematiken, die da entsprechend aus dem Unterbewusstsein hervordringen, hervordrängen geradezu, hervordringen oder drängen. Und das führt dann zu Ergebnissen. Das ist also eine sehr, sehr, sehr einfache Arbeit. Es ist deswegen eine kontemplative Arbeit oder geradezu eine meditative Arbeit, weil sich etwas wirklich unterbewusst in einer Aktion, in einem aktionalen Performance-Akt darstellt und interagiert. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Die Leute kriechen vielleicht auf dem Boden rum, sie stehen da, ihnen kommen Sätze in den Sinn, was auch immer das ist. Und es entsteht etwas. Das ist ja ein zeitloser, eine zeitlose Performance, die bezieht sich einerseits auf eine Vergangenheit, aber vielleicht auch auf eine Zukunft und eine weitere Entwicklung oder eben auf das Gegenwärtige. Und das, das alleine ist interessant. Also deswegen lohnen sich alleine schon Aufstellungsarbeiten zu veranstalten.